Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf CoinShake mit der nächsten Marktübersicht und Analyse, bevor es losgeht. Wie immer der Hinweis zum Verge-Gewinnspiel. Ich verschenke eine kleine Menge Verge. Wer im Gewinnspiel teilnehmen möchte, ihr müsst nur zwei Sachen tun. Einmal den Kanal abonnieren, am besten die Glocke daneben aktivieren und eure Verge-Adresse in die Kommentare posten. Ihr könnt zusätzlich zum Kommentar noch eine Frage stellen. Ich beantworte so viele Fragen wie möglich, die ich beantworten kann. Heute soll es auch noch zusätzlich zu Theta und zu Facebook-Ads Neuigkeiten geben. Und jetzt viel Spaß bei der Marktübersicht und Analyse. Wie immer der Hinweis, ich bin kein professioneller Anlageberater und das ist keine professionelle Anlageberatung, sondern einfach nur meine persönliche Meinung. Starten wir mal direkt mit der Marktübersicht. Das Market Cap drastisch gefallen wieder auf 509 Milliarden US-Dollar. Bitcoin-Dominanz bei 33,7% und wie man hier wieder sehen kann, der rote Teppich ist schön ausgerollt. Fast alles im Minus, außer ein paar kleine Ausnahmen. Bitcoin aktuell bei 10.200 Dollar, minus 7,3% in den letzten 24 Stunden. Ethereum 1.100 Dollar, minus 6%. Und wir haben auch ein paar größere Verlierer hier, zum Beispiel NEM mit minus 13%. Icon mit minus 22%. Also der ganze Markt ist wieder komplett nach unten gezogen. Wer meinen Twitter-Account folgt, ich habe gestern ein Foto gepostet, ein Screenshot vom Chart von Bitcoin gepostet. Hier sieht man das mal, kann ich ganz kurz zeigen. Und zwar hier. Bitcoin ist diese Aufwärtstrendlinie leider durchbrochen nach unten. Und dieser rote Bereich, der war sehr wichtig. Wir werden uns das gleich auch nochmal im Chart genau angucken, wie sich das dann entwickelt hat. Ich habe halt gesagt, wir haben jetzt diesen Aufwärtstrend hier durchbrochen leider. Und wichtig ist es halt, dass wir spätestens hier in diesem roten Bereich wieder abprallen. Ansonsten könnte es auch sehr schnell zu den 8.000 Dollar gehen. Werden wir uns gleich auf jeden Fall im Chart auch näher anschauen. Ja, der ganze Markt zieht natürlich runter. Das hat vor allem zwei Gründe. Einmal kam die News von Bloomberg, dass die Bitfinex-Plattform, beziehungsweise die Täter-Aktivitäten und die Bestände von Dollar überprüft werden. Und dass die da vorgeladen wurden. Wer Täter nicht kennt, Täter ist einfach eine Kryptowährung, die eigentlich US-Dollar auch hinterlegen soll. Die hat immer einen Wert von einem Dollar. Und dadurch wird das Traden für die Leute erleichtert. Aber die Befürchtung ist halt da, dass gar keine Dollar hinterlegt worden sind. Also wenn man jetzt mal auf Täter drauf geht, dann kann man das sehr schön sehen. Und zwar, Täter hat immer einen Wert ungefähr von einem Dollar etwas jetzt ein bisschen drunter. Und das, was Täter verspricht, ist, dass wenn man einen Täter kauft, dass sie Dollar hinterlegen. Und wenn dann alle jetzt sagen, wenn wir ihr Täter auszahlen wollen, dass genügend Dollar zur Verfügung stehen. Und aktuell ist das Market Cap bei 2,2 Milliarden US-Dollar. Und die Frage ist jetzt wirklich, ob wirklich 2,2 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stehen. Und dafür wurden die da halt vorgeladen. Das ist eigentlich schon länger her. Ein paar Wochen, vielleicht sogar schon einen Monat her. Aber Bloomberg hat das nochmal jetzt aufgegriffen, warum auch immer. Und hat jetzt dafür gesorgt, dass der ganze Markt nach unten zieht. Ein wirkliches Ergebnis von der Vorladung gibt es nicht. Das ist einfach nur das Statement, dass die da vorgeladen wurden. Aber ob da jetzt wirklich das Geld hinterlegt ist oder ob da gar nicht mit eingekauft wurde, sozusagen, ist gar nicht rausgekommen. Die zweite Neuigkeit ist, die sehr interessant ist, dass Facebook alle, hier CNBC hat das gepostet, dass Facebook alle Werbungen auf seiner Plattform zu Kryptowährungen gestoppt hat. Das heißt, es werden jetzt keine ICOs mehr geworben. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Facebook habt und auf YouTube über ICOs euch informiert oder Kryptowährungen, werdet ihr das auf jeden Fall auch schon oft gesehen haben, dass ihr sehr viele Werbungen zu Kryptowährungen bekommen habt. Und das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Auf der einen Seite ist das natürlich nicht schlecht, weil sehr viele Werbungen auch für Scams gemacht wurden. Da hat natürlich Facebook nicht kontrolliert, wo ein Scam ist und wo nicht. Das können sie ja natürlich auch nicht eins zu eins kontrollieren. Vielleicht ist das die gute Sache, aber die schlechte Sache auch die etablierten Sachen können keine Werbung machen. Und vielleicht ist das ja, also ich habe mal bei Twitter gelesen, einige spekulieren darauf, dass sie das machen, um irgendwann mal ihre eigene Kryptowährung vielleicht mal rauszubringen und so keine Werbung für andere Kryptowährungen zu machen. Das sind natürlich jetzt sehr viele Gerüchte dabei. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass Facebook hier dieses Promoten von Kryptowährungen und ICOs gestoppt hat. Ja, starten wir mal auch direkt mit den Charts jetzt. Ja, hier haben wir den Bitcoin-Chart, den 4-Stunden-Chart. Und wie ihr gerade gesehen habt, ich habe bei Twitter gestern gepostet, dass dieser Aufwärtskanal nach unten durchbrochen wurde leider, dass der Aufwärtstrend sich hier nicht bestätigen konnte langfristig und dass es sehr wichtig ist, dass diese Unterstützung bei 9.200 nicht durchbrochen wird und dass wir ungefähr in diesem roten Bereich hier abprallen sollten, weil sonst hätte man hier auch auf diese 8.000 Dollar fallen können, weil dort ist die nächste Unterstützung. Was passiert bis jetzt? Da sind wir bei 9.500 abgeprallt, aber der Druck ist immer noch da nach unten. Da muss man mal abwarten, ob jetzt dieser Abpraller wirklich einen Trendwechsel hinterlegen kann. Und wir sehen natürlich auch hier, dass diese gleichen Durchschnitte jetzt natürlich ein bärisches Signal geben. Das Volumen aber hier an der Stelle, wo es abgeprallt ist, sehr schön hoch, muss man mal schauen, wie weit sich das als Unterstützung nochmal entwickeln kann. Wir haben ja hier vor zwei Wochen mal gesehen, dass er bei 9.100 sehr stark abgeprallt ist mit einem sehr großen Volumen hier und das wird auf jeden Fall die Unterstützung sein, auf die man achten muss. Nach oben hin wird es ein bisschen schwieriger, muss man mal abwarten. Die ersten Ziele sind natürlich wieder diese kleinen Durchschnitte zu überqueren. Das hatten wir eigentlich geschafft bei 12.000 und dann kamen halt diese Neuigkeiten, die wir nicht wirklich Neuigkeiten waren, zu Täter und der Vorladung. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass dieser Aufwärtstrend halt hier natürlich durchbrochen wurde. Und man muss auf jeden Fall im Moment mehr nach unten achten als nach oben. Der Druck nach unten ist auf jeden Fall viel stärker aktuell. Und wenn man das hier natürlich langfristig beobachtet, wir sind zum Allzeithoch sehr, sehr fast 100% entfernt. Da muss man auf jeden Fall sehr geduldig sein, wie lange das noch dauert, bis wir den Aufwärtstrend sehen können. Vor allem, wenn immer wieder neue News reinkommen, die ein schlechtes Licht auf Bitcoin werfen, ist es natürlich schwierig, langfristigen Aufwärtstrend zu generieren. Und aktuell haben wir wirklich dieses Problem, dass wir das halt nicht machen können. Es ist aktuell wieder so, dass es natürlich jetzt nicht viel Sinn macht, die anderen Altcoins sich anzuschauen, weil halt der ganze Druck auf den Markt durch Bitcoin sehr hoch ist. Solange Bitcoin nicht wirklich sich stabilisieren kann und einen Aufwärtstrend sogar vielleicht hinlegen kann, wird der Altcoin-Markt sich auch nicht erholen können. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man im Moment auch sehr, vor allem auf Bitcoin achtet und darauf seine Trades oder seine Anlagen richtet, weil wenn Bitcoin runterzieht, vor allem wenn es richtig abstürzt, dann wird kein Altcoin wirklich dagegen halten können. Bitcoin ist halt immer noch die Dominanz schlechthin. Und deswegen macht es jetzt auch im Moment wirklich nicht viel Sinn, sich die Altcoins anzuschauen, weil wie ihr gerade schon gesehen habt, der rote Teppich ist ausgerollt. Und solange Bitcoin sich nicht erholt oder einen kontinuierlichen Seitwärtstrend hat, dann haben die Altcoins nicht wirklich eine Chance, eine Rallye hinzulegen. Deshalb Bitcoin immer im Auge behalten und schauen, wie sich der Bitcoin entwickelt. Kommen wir zum Abschluss, zum Gewinnspiel vom letzten Video. Mal schauen, wer jetzt hier gewinnt. Wie gesagt, wer daran teilnehmen möchte, einfach nur Kanal abonnieren, Virtual Adress in die Kommentare posten, dann nehmt ihr auch schon teil. Mal gucken, wer jetzt hier gewinnt. Bitcoin Experiment, gutes Video, mach weiter so. Leider ohne Verge Adresse, da wollte er wohl keine Verge haben, aber danke auf jeden Fall für das Feedback. Machen wir mal das Ganze nochmal einfach. Dann gucken wir mal, wer hier die Verge gewinnt. Wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir noch einen Daumen hoch gebt. Wieder ein informatives Video von dir. Ich hoffe, dass der gesamte Markt sich jetzt demnächst wieder erholt. Und ja, wie gesagt, man muss sehr auf den Bitcoin achten. Ich hoffe einfach mal, dass weniger schlechte News immer publiziert werden. Denn vor allem jetzt bei Bloomberg haben wir das ja, wie gesagt, gesehen, dass wir einfach alte News nochmal in den Markt reinschießen und dadurch den Markt komplett manipulieren. Und deshalb ist es im Moment wirklich schwierig. Viking 88, du kriegst auf jeden Fall gleich deine Verge. Viel Spaß dabei. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.